Der Ball ist vor einem, wir stützen die Hände leichtseitig am Ball ab und rollen den Oberkörper über den Ball drüber. Versuchen dabei, nochmal an die Bausteine von eben anzuknüpfen, dass das Becken wirklich in der aufrechten Position ist, dass das Kinn auch rangezogen ist. Und rollen so weit nach vorne, in der stabilen Position, bis die Hände und Schülze reichen. In der Position ziehen wir dann jetzt die Knie unter den Bauch bis an die Schultern ran. Denken wir mal an den Kopf, dass der richtig gerade ist. Und strecken jetzt die Knie wieder aus. Der Partner kann gerne die Füße ein bisschen führen dabei. Sehen lang machen und kommen dann wieder raus aus der Knie.